So, Karloff ist weg. Und du müsstest eigentlich neue Leute rekrutieren, aber ob du das kannst, bevor er da ist, das ist die Frage. Speichern, sonst hauen wir nämlich von hier ab, dann soll er sich die eine Festung holen, das ist gar nicht schlimm. LP-02. Nein, ich will nicht kämpfen, verdammt. Auf damit. Ach, das gibt's doch nicht. Und er kommt uns immer wieder hinterhergeschissen, egal wo wir hingehen. Er wird dann immer die Festung, die wir gerade erobert haben, wieder zurückholen. Beziehungsweise von hinten aufrollen. Wenn du reitest nach oben, reitest genau. Gut, jetzt hat er sich das Ding geholt. Wir holen uns das hier. Gefahr ist hoch. Wahrscheinlich zu hoch. Ja, das kriegen wir so nicht auf die Reihe. Ich hoffe, er hat keine weiteren Helden. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt Richtung Westen bewegen. Und mit dir in die Festung rein. Einmal bitte speichern. Sicher ist Sicherheit. Halt, nehmen wir einen anderen Spielstand. So, LP-01 ist wieder da. Und du reitest rein. Wird geladen. Das ist aber schön. Der kommt doch tatsächlich noch in die Festung, bevor wir überhaupt Leute rekrutieren können. Das ist doch zum Heulen. Scharhorde. Mal sehen. Geh du mal bitte auf die da. Ach, ich hätte die Puppies wegmachen müssen. Ja. Pause. Pause. Warum schießt unser Turm eigentlich nicht? Das sind alles blöde Ideen, die ich habe. Da könnten wir einen von zehn wieder erwecken. Na toll. Das ist auch ganz schön wenig. Ach komm, gibt es einen Autokampf? Damit das wenigstens schnell geht. Okay. Natürlich. Und jetzt ist die neue Woche. Er kriegt neue Kreaturen und ich sitze wieder da wie der Riesenarsch. Entschuldigung. Aber es ist doch wahr. So, wir kümmern uns erst mal um die Puppies. Ja, Pause. Pause. Das ist nicht schlimm. Das geht noch. Neue Runde. Ah ja, das muss ich nicht sehen. Okay, Angriff auf die Puppies. Wiederbelebung auf die Geister. Gut, du gehst auf die Greifen. Du gehst auf die Greifen. Ah, ein bis zwei sterben. Fünf und zwanzig. Ne, das geht nicht. Das sind zu wenig. Ja, komm schon. Wir kriegen das hin. Ja, Wächter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Gut, wenn wir diese Festung jetzt erobert kriegen mit den paar Leuten, dann hätten wir Ruhe. Ich muss speichern. Oh Gott. Ja, angreifen. Wir müssen. Wir müssen. Zumindest sind wir schon mal alle heldenlos. Das ist ganz gut. Ja, können auch die barmherzigen Schwestern machen, was sie wollen. Ja, ja. Überspringen, ihr seid sowieso tot. Ja, mach mal den da. Der ist weg. Wenn du jetzt die barmherzigen Schwestern tötest, dann könntest du den Zauber nochmal machen. Ja, das ist gut. Runde 4. Einmal bitte wiederbeleben. Und dann müssten wir es gleich haben. Oh, bitte lass ihn dann tot sein. Jetzt kommt er nochmal. Ich kann niemanden wiederbeleben. Oder? Ne, geht nicht. Ich kann nicht mal die anderen für mich wiederbeleben. Ist natürlich auch schade. Gut, das war's. Haben wir damit die Kampagne schon gewonnen? Einzelkämpfer. Siegt in einer Schlacht, bei der ihr nur eine Kreatureinheit befehligt. Das haben wir getan. Gut, aber das scheint es noch nicht gewesen zu sein. Wir sind noch nicht alle los. Und konvertieren kann ich auch nichts. Gelb muss ja noch irgendwo Leute haben. Wir speichern mal. Ne, nicht Spiel laden. Schließen. Spiel speichern. Unter LP 04. Gut. Es scheint Gelb nicht mehr zu geben. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe hier alle rekrutieren. Und mich auch mit menschlichen Kreaturen auf die Jagd machen. Gut, nächste Festung. Ne, dich nicht. Dich will ich auch nicht, aber dich? Warum habe ich hier... Ach so. Ne, warte mal. Hä? Jetzt bin ich da. Ich sehe gar nicht durch, welche Festung welche ist. Ach, wir haben nur drei. Ja, ich würde dich gerne konvertieren. Kann ich aber nicht. Das ist sehr schade. Du gehst mal bitte... hier hin und holst neue Leute. Bitte. Danke. Oh Mann. Oh Mann. Wir haben wieder ein paar Leute. Ist das schön. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Es gibt ja offensichtlich kein Gelb mehr. Und hier haben wir noch ein Massengrab. Wenn das und das noch ist, dann müssten wir alle Massengräber gefunden haben. Das ist ja schon mal was. Okay, und eigentlich müssten wir die Licht-Elementare loswerden, damit wir endlich mal eine Kristallmine haben. Aber an den Scharfschützen vorbei wird nicht einfach. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich speichere noch mal ab, bevor wir wieder in die Stadt gehen. Auf LP4. Dann, okay, gehen wir in die Stadt. Konvertieren nicht, sondern holen uns jetzt einfach mal Kristalle. Wir haben genug Gold. Gold gegen Kristalle. Ja, wie viele Kristalle wollen wir haben? Ich nehme erst mal 53. Ähm, okay. Super. Jetzt haben wir 54 Kristalle. Sehr schön, auch schön. Und konvertieren. Festung Nummer 1. Wird alles mir. Ist alles mir. Speichern, bevor wir in diese Stadt gehen. Es ist traurig, dass man so oft speichern muss. Es geht nun mal nicht anders. Konvertieren. Überspringen. Wunderbar. Haben wir noch etwas, das wir konvertieren können. Das muss wieder zurück konvertiert werden. Und ansonsten, nö, sieht gut aus. Gut, demnächst bekommst du neue Leute. Wir warten bloß einen Tag noch. Damit wir weiter ausbauen können. Müsste einmal speichern. Oh, hier ist sogar ein doppeltes Stadtportal. Eigentlich will ich euch opfern. Kann ich euch opfern? Nee, aber Geister anwerben. Das ist ganz gut. Warte mal. Irgendwo war doch diese komische andere Grube. Oder wurde das hier noch gar nicht gebaut? Nee. Kammer der Nekromantie. Steigert die Zugewinnung von Nekromantie-Punkten. Nee. Das ist das doppelte Stadtportal. Anwerbung und Ausbildung. Alle der Helden. Nee, wo ist denn das andere? Einfache Stadttor. Saal der Unsterblichen. Wiederanwerbung eines Helden ist umsonst. Nö. Gab es das hier gar nicht? Ah, der Altar der ewigen Gewächtschaft ist gar nicht hier. Der ist woanders. Warte mal. Der war hier in der Festung, ne? Speichern. So, wo ist der Altar? Anwerbung und Ausbildung. Nein. Ach, fest gefreezt. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich. Bis zum nächsten Mal.